Eickball von Skow, abgewehrt, Zamoszeko mit dem No-Look-Pass zu Richards, Kramaric am Ball, gute Körperteischung, Flanke und Posch, was macht denn der Posch da in der Mitte? Köpft das Ding rein, endlich! Sein erster Bundesliga-Treffer in seinem 100. Pflichtspiel für die TSG. Ich habe mir selber schon ein bisschen Druck gemacht, weil es natürlich nicht das beste Gefühl ist, noch ohne Tor zu sein. Aber ja, endlich hat es geklappt und jetzt heißt es weitermachen und ich hoffe, der Knoten ist geplatzt und es werden weitere Folgen. Die gleiche Szene nochmal, diesmal aus der Slow-Mo. Steigst du hoch, klöpfst das Ding wunderbar schön in den Winkel. Und was passiert dann? Der Torjubel? Ja! Ja gut, darin bin ich ja noch nicht so geübt. Ich wollte auf den Knien rutschen, aber wie man sieht, ist der Platz ja nicht dazu geeignet. Und das wusste ich nicht und deshalb sieht es ein bisschen unglücklich aus, aber ich habe es gut überstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017